Irgendwann in unserem Leben haben wir das Undenkbare getan. Ihr wisst schon, getestet, wie viele Gummibänder um eine Wassermelone passen, bevor sie explodiert. Geduld ist bei solchen Herausforderungen am wichtigsten. Kann diese massive Frucht die 100 Schichten Challenge bestehen? Wir sind fast bei 100 Gummibändern. Wow, hast du das gesehen? Ja, 100 Gummibänder waren genug, um diese Melone platzen zu lassen. Boah, was für eine Schweinerei. Was für eine Überraschung. Jetzt ist es Zeit für die Geschenke. Wow, ich frage mich, was da drin ist. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. 100 Schichten? Was? Ich konnte einfach nicht anders. Ich bringe das hier mal in die Küche. Moment mal, sind das 100 Schichten Papier? Irgendjemand da drin? Mann, ich bin immer noch nicht fertig. Ich muss jetzt so nah dran sein. Danke, Hannah. Okay, nur noch ein paar Schichten. Ja, zumindest ist alles Papier sehr hübsch. Fertig? Ach, natürlich nicht. Mensch, ich hoffe, dass ich das alles recyceln kann. Ich kann meine Finger nicht mehr spüren. Ja, hinlegen war eine gute Idee. Ja! Oh, ich hab's bis zum Ende geschafft. Zeit für die große Enthüllung. Na, packst du immer noch aus? Im Ernst? All das für eine lausige Umarmung? Mann, das ist nicht fair. Komm schon, Olivia. Es ist dein Geburtstag. Schon okay. Irgendwann krieg ich dich schon. Zeit für ein bisschen Beautypflege. Naja, Haarpflege, um genau zu sein. Oh. Kann ich auch was von deiner Haarmaske haben? Äh, das war mehr als die Hälfte. Moment mal. Du magst Haarmasken, Hannah? Ja, dann wirst du lieben, was ich gleich für dich habe. Hm. Nur noch ein bisschen mischen. So, das sieht gut aus, oder? Äh, Hannah? Ich hab hier deine ganz eigene Haarmaske. Aber es gibt einen Haken. Okay. Haarmasken sind gut für das Haar, nicht wahr? Oh, das ist aber eine hübsche Farbe. Naja, beginnen wir mit Lage Nummer 1. Okay, so weit, so gut. Irgendwas sagt mir, dass das eine Weile dauern wird. Ja, Hannah weiß nur leider nicht, dass ihr ihre Haare gerade blau farbt. Puh. Okay, ich hab die Hälfte geschafft. Sollte ich meine Haare von nun an so tragen? Also, wenn ich meine Augen zusammenkneiße. Ja, dann sehe ich aus wie ein Rockstar. Perfekt. Nur noch ein paar Schichten. Bäh. Oh, das kann nicht gut sein. Und fertig. Boom, Baby. Oh. Ja, das war keine gute Idee. Oh, das fühlt sich so toll an. Lass uns dieses wunderschöne, glänzende Haar enthüllen. Wa-was? Sind das meine Haare? Oh. Sie ist wohl gerade fertig mit der Maske. Was für ein schönes Picknick, Hannah. Jetzt eine kleine Erfrischung. Ups. Ja, so war es nicht geplant. Jemand braucht Klebeband? Hier hast du welches. Ach, wo ist mein Teller? Ernsthaft? Olivia. Sieht so aus, als hätte sie alle Hände voll zu tun. Jedes Mal. Hey, das hat sie auch geklebt? Oh, das reicht. Fast fertig. Was ist mein Problem? Du liebst Klebeband? Wie wäre es mit 100 Schichten davon? Oh, nee. Oh, wie lange wird das wohl dauern? Drei Rollen? Vier? Es wird viel mehr erfordern. Schaut euch das an. Das kommt aber nicht auf Instagram, oder? Lass uns das beheben. Schon besser. Ich wusste gar nicht, dass du Wolle so sehr liebst, Olivia. Bis später. Zeit, diese Brauen zum Vorschein zu bringen. Wow. Ach, ich sollte mich wohl besser fertig machen. Kann ich das mal kurz ausleihen? Mann, du hast doch nicht mal bitte gesagt. Ach, reg dich ab. Ich brauch nicht lange. Oh ja? Weißt du was? Du kannst es haben so lang, wie du willst. Das ist 100 Schichten lang. Naja, vielleicht wird das gar nicht so schlimm. Okay. Los geht's. Oh, so langsam werden sie ganz schön haarig. Könnte ich das im Schlaf tun? Äh, jetzt bildet das eine Kruste. Ich hoffe, ich habe genug Make-up-Entferner. Komm schon. Ich muss doch fast fertig sein. Ich sehe aus, als hätte ich Zement im Gesicht. Absoluter Horror. Ich sehe aus, als hätte ich sie nicht mehr alle. Und es brennt. Ich muss das abwaschen. Sollen wir uns ein anderes Mal treffen? Ich muss los. Leben die vielleicht? Das war's. Ich werde untertauchen. Hey, ich habe es fast vergessen. Ich habe die neue Geschmacksrichtung gekauft. Hannah? Teile dein Glück mit mir. Ja, komm schon. Du magst also Kaugummi, ja? Ich ordne jetzt die 100 Schichten Challenge an. Wow. Ist heute mein Geburtstag? Ich weiß nicht, ob ich all das kauen kann. Aber ich kann es ja mal versuchen. Ja, du denkst, das ist lustig, Olivia? Ich werde es dir zeigen. Ich werde 100 davon aufstapeln. Oh, es sieht aus, als ob die bald umfallen werden. Oh Mann, das ist anstrengend. Hä? Wie ist das denn da hingekommen? Ah, nur noch ein paar mehr. Wow, die macht das ja wirklich. 100 Kaugummi's gestapelt. Und jetzt muss nur noch eines getan werden. Ähm, ja, wie kann ich denn... Ähm... Oh, das ist lecker. Vorsichtig, Hannah. Oder Olivia muss noch den Heimlichgriff ausführen. Oh, das ist echt eklig. Ich wünsche, ich hätte noch einen größeren Mund. Ja, probier's einfach weiter. Nee, dann würde ich mich übergeben. Hey! Denkt ihr, ihr wollt auch eine 100-Schichten-Challenge veranstalten? Teilt dieses Video mit euren Freunden und vergesst nicht, die YouTube-Seite 123GO-Challenge zu abonnieren, um weitere tolle Videos wie dieses zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Tschüss!